Hallo und herzlich willkommen zurück bei DrinkLink, deinem Anlaufpunkt für spannende und inspirierende Drinks. Heute reisen wir nicht ganz so weit zurück in die Geschichte, aber wir arbeiten immer noch Simon Differt, Differts Guide Top 100 aus dem 2023 ab. Wir gehen zurück in die Geschichte, ja nicht ganz so weit, wir bleiben im 21. Jahrhundert, um einen modernen Klassiker zu erkunden, den Penicillin Cocktail, erfunden von Sam Ross im Jahr 2005 im Milk & Honey in New York. Dieser Drink hat sich schnell seinem Platz unter den beliebtesten Cocktails der Welt gesichert und ist bei Simon Differt Platz Nr. 25. Was diesen Drink besonders macht, ist die perfekte Balance aus Wärme des Whiskys, der Schärfe des Ingwers, frische Zitrone mit einem kombiniertem rauchigen Eiler Whisky. Heute tauchen wir ziemlich tief kurz in die Geschichte ein, dann gehen wir in die Zubereitung dieses einzigartigen Cocktails und warum der Penicillin für viele die perfekte Heilung nach einem sehr langen Tag ist. Das ist so ein typischer Drink, so eine Belohnung am Ende des Tages. Wie gesagt, der Penicillin 2005 von Sam Ross erfunden, einem australischen Barkeeper, der zu der Zeit in New York gearbeitet hat, im berühmten Milk & Honey in Manhattan. Einen legendären Ort, der für die Wiedergeburt der Barkultur den 2000ern steht. Sam Ross war inspiriert von der Kombination aus Whisky, Zitrone, Honig und Ingwer. Doch was den Penicillin so einzigartig macht, ist der Zusatz von rauchigen Eiler Whisky, der obendrauf gefloatet wird. Erst der gibt an diesem Cocktail eine unverkennbare Tiefe und Komplexität. Der Name Penicillin mag witzig klingen, aber wie Ross selber sagt, ist dieser Drink eine wahre Medizin. Vielleicht nicht gegen Krankheiten, aber definitiv gegen schlechte Laune nach einem langen, sehr anstrengenden Arbeitstag. Wir haben hier also eine faszinierende Kombination von sehr kräftigen Aromen, die trotzdem perfekt miteinander harmonieren. Wir haben einen milden Blended Scotch, der bildet die Basis. Frischen Zitronensaft, haben wir eine angenehme Säure mit drin. Dann Ingwerlikör und schließlich noch Honigsirup. Der Clou ist dann der rauchige Eiler Whisky oben drüber. Wir gehen mal durch die Zutaten durch. Das ist einfach, frischer Zitronensaft. Ein Oney Honey, ein Honigsirup, selbst hergestellt 3 zu 1. Warum? Nutzen wir nicht direkt Honig? Wir nutzen deshalb nicht direkt Honig, weil wenn wir das tun würden, Honig ist so eine Mimose. Honig im Shaker, auf Eis, dann macht Honig diesen da. Ich will mich nicht vermischen. Nein, nein. Ich bleibe hier für mich als Klumpen im Glas. Und genau das passiert. Honig zieht sich bei Kälte zusammen und vermischt sich nicht. Erst wenn ich das vorher mit Wasser vermenge, um eine gewisse eises Kälte im wahrsten Sinne des Wortes vom Honig wegzunehmen, erst dann ist er mixbar. Dann haben wir einen Ingwer-Likör, den besagten Blended Scotch, warum der kommt nach der Bewertung, und einen Eiler. Und ich nehme jetzt nicht den üblichen Lafrag, das ist ja schon hm. Ich habe hier einen Magdala Terra. Auch sehr torfig und mindestens genauso torfig wie ein Lafrag Ten. Das Ganze wird im Shaker hergestellt. Als Gäste Glas brauchen wir ein Tumbler. Und dann gehen wir jetzt einfach mal direkt rein in die Herstellung. Mach schon mal Eid in meinen Baker. Und bis auf den Eiler Whisky mische ich jetzt die vier Zutaten zusammen. Auch hier wieder. Damit ihr zugucken könnt, von oben habe ich hier mal das schon mal gekühlt. Hier in dem Becher habe ich jetzt keine Verwässerung, aber ich kühle alle Zutaten schon mal vor, weil Kälte ist sehr essentiell für Drinks. Und wir gehen wieder in rückwärtiger Reihenfolge mit dem Viskosesten zuerst und dann hinterher zum Schluss das am wenigsten Viskose. Also demnach, wir fangen mit dem Honigsirup an. Zwei Zentiliter. Zwei Zentiliter Zitrone. Ingwer-Likör. Wie viel? Wann meint ihr? 1,5. Der Blended Scotch. Die Hauptzutat. 4,5. Und davon kommt nachher ein Float rein. Den brauche ich jetzt noch nicht, den Eiler. Also alle Zutaten und hier kann jetzt ruhig ein bisschen Schmelzwasser drin sein. Bei dem Whisky ist das vollkommen gut. Alle Zutaten hier rein. Shaker zu machen. Das dann nicht in Richtung Technik oder Gas. Also umdrehen und dann legen wir los. So, wir packen mal ein paar Eiswürfel ins Glas. Paar Eiswürfel heißt Glas ist voll. Just saying. Eis ist eine Zutat und genauso wichtig wie Säure und alles andere. Also rappelvoll. Dann brauchen wir einen Strainer und gießen die Mixtur aufs Eis. Und jetzt ist hier ziemlich genau noch Platz für 1cl im Glas. Und ich mache jetzt hier mal die Hilfe. Ich nehme jetzt 1cl vom echt torfigen. Nehme als Hilfe einen Barlöffel. Drehe den Löffel um. Also hier ist die normale Rührfläche. Drehe den Löffel um und gieße über den Löffelrand direkt oben drauf und floate damit. Der Penicillin braucht sonst keinerlei Deko. Und damit ist der Penicillin fertig. Wir gehen mal in die Verkostung. Und ja, der Eiswürfel kippt gleich noch um. Keine Bange. Der erste Eindruck Torf. Ohne Ende Torf. Dann kommt Ingwer in Verbindung mit dem Torf. Und jetzt kommt der blended Scotch durch. Es ist kräftig, leicht scharf, eine erfrischende Säure. Der Honig ist quasi nicht vorhanden, weil der Honig sich perfekt verbindet, aromatisch mit dem Islay Whisky. Sehr kräftig, nichts für Anfänger und nichts für Leute, die keine Whisky mögen. Je nachdem welchen Whisky ich verwende, und da komme ich gleich drauf, kann ich hier natürlich auch nochmal verschiedene Aromen rauszaubern oder reinzaubern. Für mich eine 9 von 10. Kommen wir mal zu der Empfehlung der Zutaten. Also, Blended Scotch. Blended Scotch ist eine echte, echte Kunst. Weil der Scotch muss ja immer so geblendet werden, dass die Qualität immer so schmeckt. Ich habe jetzt hier in den Old Purse zwölf Jahre genommen. Und hier reift jeder Tropfen über die gesamten zwölf Jahre in Ex-Sherry Fässern und kriegt hier auch nochmal so eine schöne Sherry Note. Das ist schon ein ziemlich geiler Whisky, den man auch gerne mal so pur oder auf Eis genießen kann. Und obendrauf habe ich jetzt hier einen Magdala. Ja, La Freuc und Lagavulin kennt jeder. Aber Kartoffelbrei kennt auch jeder und trotzdem muss ich nicht jeden Tag Kartoffelbrei essen. Also gerne einfach mal einen anderen Islay nehmen. Und der Magdala Terra hat von der Torfigkeit, von der Rauchigkeit steckt er einem Lagavulin 12 in nichts nach. Er ist aus meiner Sicht sogar noch deutlich komplexer. Und einfach nur ein richtig schöner, geiler Islay Whisky. Das also zu den Hauptzutaten. Ihr hattet euch ja gewünscht, dass ich ab und zu mal darauf eingehe. Ihr könntet natürlich auch einen anderen Blended Scotch nehmen. Umso weniger gehaltvoll der Blended Scotch ist, umso heftiger kommt der Islay raus. Hier habe ich jetzt ein komplexes, sehr kräftiges Paket aus dem Old Perth und dem Magdala. Probiert euch aus und guckt einfach mal, welche Penicillin Kombination für euch am interessantesten ist. Grundsätzlich bietet der Penicillin ja eine wunderbare Geschmackstiefe. Süß, sauer, rauchig und dann auch noch eine leichte Schärfe über den Ingwer. Der Blended Scotch sorgt für eine sanfte Basis. Dann haben wir den Ingwer. Dann haben wir den Honig, wo auch nochmal eine Würze und eine Süße dazu ist. Frischer Zitronensaft gibt das Ganze. Dann auch noch eine runde und eine sehr ausgewogene Note. Und dann oben drauf dieser Float, das ist The Magic. Der Drink hat sich insgesamt in der Welt zu einem echten Favoriten entwickelt, weil er sowohl komplex als auch unglaublich ausgewogen ist. Das ist halt ein moderner Klassiker, der in vielen gut sortierten Bars nicht fehlen darf. Vor allem nicht in Bars, wo der Head Bartender ein Whisky Fan ist. Und das war es dann schon, unser Deep Dive in die Welt des Penicillin Cocktails. Ein moderner Klassiker, der die Barwelt im Sturm erobert hat und heute, wie gesagt, die besten Bars der Welt erobert hat. Jetzt seid ihr dran. Mix doch mal euren Penicillin und lasst mich in den Kommentaren wissen, welche Kombination ihr favorisiert. Vielleicht sogar mit einer ganz eigenen Variation. Ich bin sehr gespannt. Probiert euch aus. Und denk dran, bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Unten links, wenn du schon so lange geguckt hast, das ganze Video dann quid pro quo. Das Video liken und gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt, unten die Glocke aktivieren. Cheers und bis zum nächsten Mal. Euer Jörg. Euer Jörg. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017